Habt ihr auch Vogelspinnen im Bestand, die euch manchmal etwas komisch vorkommen? Ich habe hier diese Lasodorides triatus, die ich in dieser Größe bekommen habe. Dieses Tier sitzt jetzt schon seit einiger Zeit bei mir. Und was soll ich euch sagen? Also sie macht irgendwie einen komischen Eindruck. Ich habe noch eine zweite gehabt, die ich dann abgegeben habe, weil ich nur eine Art haben wollte, beziehungsweise ein Exemplar von dieser Art. Und ich muss euch ehrlich sagen, aus diesem Tier hier werde ich nicht schlau. Also die frisst nicht mehr seit Monaten. Ihr seht aber auch vom Abdomen her, dass das jetzt nicht überproportional ist. Also da würde tatsächlich noch was reinpassen. Sie gräbt nicht. Sie sitzt einfach da. Sie sitzt mal hier, mal da. Ich habe sie allerdings auch schon trinken sehen. Und irgendwie werde ich aus diesem Tier nicht schlau. Keine Ahnung. Dieses Tier wird von mir genauso gehalten wie die andere, die sich super entwickelt hat. Nur diese hier, ich weiß nicht, was damit ist.